Das heutige Video wird nochmal extra unterstützt von den Kanalmitgliedern Marvin Miltkau, Moviloo und Jackie Strange. Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu CINEMAN, Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video präsentiere ich mein zweites Update, was ich von dem guten Matze bekommen habe, das ich euch schon bereits beim Pain & Gain Mediabook angekündigt habe. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann guckt mal in die Videobeschreibung, da packe ich euch einen Link rein, sowie die Kontaktdaten zur Matze, denn der Matze kann ein paar Sachen besorgen, die man so hier bei uns leider nicht bekommt und so hat er mir hier auch noch ein richtig schickes Teil besorgt. Er hat es mir besorgt, ja, und zwar so richtig, ich muss jetzt hier nur ein paar Aufkleber abmachen. Hätte ich auch vorher machen können, aber gut, das machen wir jetzt alles live. Dann kommt das hier weg und zwar aus Amerika von Best Buy, ein Steelbook. Oh, da geht schon wieder los, Freudenfest oder Beulenpest, wir werden es sehen, aber ich konnte nicht widerstehen, ich musste es haben und er hat es mir besorgt. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle, die Rede ist von einem weiteren Christmas Vacation Steelbook. Ich habe ja bereits ein Steelbook von Christmas Vacation hier mit Chevy Chase, schöne Bescherung auf Deutsch gesagt. Einen Link dazu packe ich euch mal in die Videobeschreibung, ebenfalls zu einem Unboxing zu diesem Steelbook und jetzt eben noch eins und von dem Film kann man eigentlich gar nicht genug haben. Alle Jahre wieder und alle Jahre wieder gibt es da auch ein Update beim Manuel, ist denn heute schon Weihnachten? Für mich auf jeden Fall ja. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, jetzt gehen wir hier rein mit dem Zahnstocher. Oh, das sieht auf jeden Fall hier schon mal gut aus. Das ist ein Kleber. Es ist halt immer das Doofe, was verbirgt sich unter diesen J-Cards oder C-Cards oder was weiß ich was. Das Ganze ist hier leicht aufgeklebt. Okay, bitte lass da nichts drunter sein und begutachten und begutachten und es schaut echt gut aus. Es schaut echt gut aus. Ja, oh, geil. Oh Mann, ist das nice. Gucken wir uns zuerst das technische Datenblatt an. Hier, ich hebe es mal ein bisschen höher. Deutscher Ton ist nicht mit an Bord, aber den Film habe ich eh schon in mehrfach deutschen Editionen. Da spielt das jetzt nicht so eine große Rolle. Ich wollte das Steelbook haben als Steelbook-Sammler und da oben ist doch eine kleine Delle. Na, wie soll es auch anders sein bei Best Buy? Jetzt sehen wir es. Eine muss ja sein, eine Special Prägung, aber lässt sich noch verschmerzen. Man kennt es vom Best Buy. Es ist einfach, jo, gehört dazu. Aber sieht man fast kaum. Das passt. Aber das Teil ist richtig geil. Ui, ist das scharf und leuchtet auch ein bisschen, wenn man es hin und her hebt. Ja, also definitiv ein Hingucker. So Hammer. Einmal das Steelbook selbst. Dann hebe ich es euch mal hoch. Ihr seht es, der Druck ist super, mega rattenscharf. Glänzend gehalten auch. Das passt. Und wenn man hier so ein bisschen, dann scheint das. Es ist halt sehr schwer hier mit einzufangen, weil es halt spiegelt. Aber hier unten rum hast du so einen Metallic-Effekt, der halt auch scheint. Aber den kriegst du jetzt hier wegen der Spiegelung kaum eingefangen. Wenn man an den Ecken hier oben irgendwo ganz leicht ist, dann hier Best Buy-typisch eine kleine Special Prägung. Aber da oben am Rand kann man verschmerzen. So, dann haben wir hier den Spine. Ist auch okay. Wobei hier oben fehlt mir ein bisschen was, finde ich, wenn man schon unten so ein Logo hat. Sollte vielleicht schon so ein bisschen gleich sein. Und dann haben wir hier die Rückseite. Lege ich mal so hin. Die ist wenigstens, ich hebe es jetzt mal und gucke mal, ob da irgendwas noch ist. Aber ist nichts, Gott sei Dank. Also das passt. Wollen wir mal aufmachen, wie das so aussieht. Also ist schon ein echt cooles, schickes Steelbook. Sehr schön. Dann schauen wir mal rein. Oh, da haben wir auch einen fantastischen Innendruck. Die Diskgestaltung ist jetzt nicht so herausragend. Aber der Innenprint ist jetzt auch total super. Und vor allem auch komplett anders als beim bisherigen Steelbook. Steelbook, fantastisch. Gefällt mir gut. Die Credits haben sie mal hier drinnen reingehauen. Wollen kann ich ja überhaupt nicht drauf verzichten. Also von daher passt das. Und wie man sehen kann, also ein richtig schönes, super tolles Steelbook mit Sonderprägung von Best Buy. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Wirklich Limited Edition. Wie immer jedes Mal, jedes Stück ein Einzelstück, keins gleich dem anderen. Und man muss es mit Humor nehmen. Was soll man denn sonst tun? Ansonsten vergeht einem ja der Spaß. Aber der Verspa... Der Verspaß. Der Spaß vergeht mir nicht. Ich habe immer noch Freude am Sammeln. Vor allem an Steelbooks. Und vor allem an solchen tollen Filmen und Editionen. Und von daher... Jo! Ist doch alles in Ordnung, oder? Also in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn ja, Daumen nach oben. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Wenn ihr wisst Bescheid, dann sehen wir uns hoffentlich recht zeitnah wieder. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Servus.